Untertitelung im Auftrag des ZDF Heute ist hier der Kreisfeuerwehrtag von dem Landkreis Lüfe-Dannberg und heute ist die Jugendabteilung, das heißt Jugendfeuerwehr und Florian-Gruppe hier am Start. Die Jugendfeuerwehren, die machen ein A- und ein B-Teil, das heißt der A-Teil ist ein dreiteiliger Löschangriff und der B-Teil ist ein 400 Meter Staffellauf mit verschiedenen Stationen, wo ein Schlauch gerollt wird und einer liegt auf der Trage, der sich anziehen muss und noch verschiedene Dinge. Die Florian-Gruppen, die machen verschiedene Spiele, das nennt sich Spiel ohne Grenzen und einen sogenannten Staffellauf. Florian-Gruppen sind für 30 Gruppen hier und Jugendfeuerwehr 22. Wir betreiben den Aufwand, um für die Zukunft auch unsere Brandstützer zu stärken und neue in die aktiven Erteilung zu kriegen. Die haben sehr viel Spaß dabei, sehr viel Elan. Es macht auch sehr viel Spaß mit den Kindern hier zu arbeiten und das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Der Kreisfeuerwehrtag findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr Ausnahme dieses Wochenende, das erste Wochenende im September. Ansonsten ist das seit eh und je immer das letzte Wochenende im August. Ansonsten ist das seit eh und je immer das letzte Wochenende im August.